Mach ne Fliege, hier ist es ein bisschen zu hart für dich, kleiner Schwamm. Zu hart für mich? Das ist ja wohl lächerlich. Letzte Woche hab ich mir nen Zeh angestoßen, als ich meinen Kräutergarten bewässert hab und ich hab nur 20 Minuten lang geheult. Weißt du was, Kleiner? Ich glaub, dass du da drüben besser aufgehoben wärst. Weichei-Schuppen Junior? Soll das heißen, ich gehöre in den Weichei-Schuppen Junior? Oh, Entschuldigung, ich hab eigentlich hier auf den Laden daneben gezeigt. Super Weichei-Schuppen Junior? Ja.